Servus Leute, Razium Start. In diesem Video zeige ich euch den längst überfälligen God Mode Glitch, den es derzeit in Cold War Zombies gibt. Leider ist er nur so ein halber God Mode Glitch, weil euch die Mimics und die Mangas angreifen können, aber trotzdem ist er sehr sehr hilfreich. Ihr braucht dazu eigentlich nur einen zweiten Spieler und eine Monkey Bomb. Wichtig ist noch zu unterscheiden, wer der Host ist und wer gejoined ist. Der der nicht der Host ist, muss die Monkey Bomb haben und muss diese dann noch werfen. Sobald ihr dann alles vorbereitet habt, geht zu irgendeiner Wand hin und der Spieler, der nicht Host ist, muss die Monkey Bomb gegen die Wand werfen, sodass die Monkey Bomb dann kurz in der Luft ist. Solange die Granate in der Luft ist, muss der Host auf Pause drücken und wenn ihr dann im Pause Menü seid, kann einfach der andere Spieler aus der Lobby rausgehen. Als Host solltet ihr kurz warten, bis rechts oben diese kleine Message Box aufpop, dass der Spieler wirklich die Party verlassen hat und dann kann der Host das Spiel ganz normal fortsetzen. Ihr seht dann, dass die Monkey Bomb kurz auf den Boden fällt und nach einer Zeit explodiert, aber die Monkey Bomb ist dann noch immer da und die Zombies laufen dann alle zu dieser Monkey Bomb. Sollte dies der Fall sein, habt ihr den God Mode Glitch geschafft und eure Teammates können wieder zurückjoinen. Nun habt ihr die Situation, dass alle Zombies zu dieser Monkey Bomb hinlaufen. By the way, in dem Video ist es leider nicht ganz gut platziert, also ihr solltet schauen, dass die Monkey Bomb am Boden ist, sonst verliert ihr ein bisschen Zeit. Und wie gesagt, alle Zombies laufen nun zu dieser Monkey Bomb hin. Ihr könnt auch ganz normal den Teleporter benutzen, die Zombies stehen dann einfach nur AFK herum. Und das war es eigentlich schon wieder mit dem Video. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Für weitere Cold War Zombie Videos schaut auf meinen Kanal vorbei und abonniert, wenn euch die Videos gefallen. Und vergesst nicht die Glocke einzuschalten und bis dann. Peace. Peace.